Ah, Sauwetter. Ist das nicht der Jäger? Ja. Hast du nicht gesagt, dass es schön wird, he? Packen Sie Ihre Motorräder aus. Schlages Höchstwerte bis 30 Grad. Sehen Sie, es gibt eben keine Versicherung für die Wetterprognose, aber es gibt eine fürs Leben. Die S-Versicherung für die Sonnenseite des Lebens.